Worauf freust du dich am meisten heute? Babykatzen! Bist du Sahar? Einerseits die Babykatzen, andererseits irgendwie, dass ich auch mal was mit Anna mache. Hey, pass wirklich auf was du sagst über Anna. Sie gehört mir. Sie gehört mir. Okay. Thank you for the happy scene in my life. Was geht ab Freunde, mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu einem neuen Vlog. Auf dieses Video habe ich lange gewartet, denn vor einiger Zeit hat meine Freundin mir gesagt, dass ihre Katze schwanger ist. Die war schwanger. Sie war schwanger. In diesem Video wird die Schwangerschaft aufgelöst. Okay, sie wird nicht im Video aufgelöst, aber die Babys kommen zur Welt. Wir sind zu ihnen wieder übernachten, wie letztens bei der Übernachtungsparty, wo Sano dabei war. Aber dieses Mal mit Sahar. Schreibt in die Kommentare, ob ihr in diesem Video mich oder Sahar hübscher findet. Das liegt mir sehr im Herzen. Wir wünschen euch viel Spaß. Aber ich bin nicht dabei, ich bin nicht dabei. Dann bin ich so angesetzt. Dann bin ich so angesetzt. Du wirst nicht angesetzt, du bist die Nummer 1. Okay. Das Video beginnt damit, dass ich Sano ein Bild zeige von den Babys, das mir meine Freundin geschickt hat, nachdem sie auf die Welt gekommen sind. Dann wünschen euch viel Spaß und los geht's. Busch. Sano, komm her. Komm her, Sano. Ich muss dir was zeigen. Sano, komm, ich will dir was zeigen. Sano, komm, ich will dir was zeigen. Komm her, sie muss mich besitzen. Gibt sie eine Überraschung? Was ist das? Ja. 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 Oh mein Gott, wie süß sind die bitte. Heute. Wann ist sie da wahrscheinlich kommen? Heute. Bald Übernachtungsvlog bei Anna. Übernachtungsvlog bei Anna. Ja. Schick mir das. Hast du gestrichelt? Sind das die bösen? Aber weißt du, was ich mich wundere? Von wem die Babys gemacht hat? Von wem? Weil ich habe Anna gefragt von wem. Und sie hat gesagt, vielleicht ist sie ja mein Nachbar, die auch eine Katze haben. Und es ist ein Junge. Und es kann sein, dass sie zusammen, weißt du schon, das Baby gemacht haben. Moin Bitches. Was, was, was? Moin Bitches, habe ich gesagt. Achso, ich dachte Moin Bitches. Nein. Weißt du, wann sie erfahren hat, dass sie schwanger ist? Weißt du wann? Weiß ich nicht mehr. Können eigentlich Katzen länger warten wegen den Babys? Ich glaube nicht, dass Katzen warten können, bis sie ihre Babys rauspressen. Ja, okay. Anna, wir gehen am 27. bei übernachten. Schreib nicht. Nein, Sandu, gib mir mein Handy zurück. Sandu, gib mir. Leute, wir überraschen jetzt Sachen, dass wir am Samstag bis Sonntag bei Anna. Hina gibt Katzen. Pack Samstag deine Pyjama zur Hand, weil wir bleiben übernachten am Samstag bei Anna. Ich wusste das eh. Jetzt ist es fix. Was? Ernsthaft? Was? Das Schwierverderber bist du? Ja, wir gehen. Pack deine Badehose ein. Spaß. Wir sehen uns am Samstag. Ja! Wunschung und Leid. Wie Baby Katzen sind sie so klein. Putzig sind sie. Oh, die sind so Babys. Oh mein Gott. Wir werden uns wieder gut verstehen. Ja, wir werden uns... Ähm. Nein, ich nicht. Sicher. Ich... 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 Ich werde mit wieder die Hanky oder... Wer ist wieder schwanger geworden? Oder wer war? Hanky ist ein Junge, der kann nicht schwanger werden. Oh. Nein, der kann Papa sein. Der... Der kann Papa sein. Der kann Papa sein. Ja, aber er ist ja nicht schwanger. Ja, komm. War aber schwanger, also... Eigentlich Hankys kleine Nichte. Was? Hey Süße oder wie sie heißt? Frau Süße. Ja, Frau Süße. Und sie ist von irgendeinem Kater in der Nachbarschaft geschwängert worden. Oh mein Gott. Was? Ich verstehe das. Aber ist es so eklig, wenn die Babys rauskommen? Ist es wirklich so eklig? Ich sag mal so, ich wäre nicht gerne dabei. Ich schon. Werden sie dann gewaschen und so? Direkt danach? Sie werden von der Mutter abgeleckt. Direkt danach. Das ist ganz normal so, okay? Mama... Also... Nein, unsere Mama hat uns nicht abgeleckt. Nein! 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 Ich wollte sagen, Mama als Kind hat uns geduscht. Und die Katze ist ganz normal. Ich wollte eigentlich sagen, unsere Mama hat uns früher als Baby geduscht. Also... Uns gewascht. Und die Katze, das ist ganz normal, dass sie ablettern. Sie wollte sagen, geduscht und gewaschen. Sie so gewuscht. Gewascht. Gewascht, okay. Samstag Babykatzenparty. Los geht's. Juhu! Juhu! Ähm... Kannst du we... Kannst du weinen? Nein. Kannst du kurz so tun, als würdest du weinen? Nein! Nein! Ah! Mach so, mach so, als würdest du weinen. Tu so... Komm, das bringt Klicks. Mach... Mach weinen! Weinen, weinen, weinen! Ich kann nicht! Sano, kannst du fake weinen kurz? Ah! Okay, mach den Mund zu kommen. Wir sehen uns am Samstag. Juhu! Oh... Nein, Sano! Annas Katzen hatten Geschlechtsverkehr. Und dann sind Babys rausgekommen, okay? Durch... Und dann durch... Und... Okay, ja, die sind unten rausgeflutscht. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, oh mein Gott, ihr dürft heute bei meiner Freundin schlafen. Oh, Mann! Ja! Ich meine, eure Taschen sind schon gepackt. Das ist sehr wichtig. Aber das Besondere heute ist... Dass Babykatzen kommen! Mumschakalaka! Du mein Katzen! Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun! Die können schon leicht krabbeln und Augen öffnen und... Miu-miu-miu-miu-miu-miu-miu machen! Was ich ein anderes Haus so mag, ist... Keine Ahnung... Es fühlt sich so an wie irgendein Urlaub in Österreich am Land. Und heute ist es mit Schlafenzahl. Aber das kostet natürlich... Was? Ich bin klein, sie haben nur 20 Euro. Ja, 20 Euro, das ist gut. Kinderpreis. Sarah, für dich sind es 80 Euro. Okay, weil du schon 91 bist, du kriegst eine ganze Pension. Du kriegst noch in der Früh, Frühstück, alles Mögliche. Masti, du bist leider nicht eingeladen. Kein Problem, ich bin alleine zu Hause. Masti, ich bin alleine zu Hause! Anna und ihre... Anna, Sano, wir wollen das nicht ein bisschen machen, ich werde alle eisfertig essen. Wir nehmen einfach... Wir haben Chips dort und wir haben Süßigkeiten. Hoffentlich haben sie auch Katzen dort. Sarah ist am Scheißen gerade. Ja. Die Katzen hatten wieder einmal Geschlechtsverkehr und wir gehen sie deswegen wieder einmal besuchen. Das ist ganz normal. Was? Das ist ganz genau und ganz normal. Wenn du da nicht wärst, dann gibt es keine Kinder hier. So, es gibt... Wow, wow, wow! Ich glaube schon, dass es Kinder gäbe, wenn ich nicht wäre. Nein, nein, nein. Ich meine so... Stell vor... Also, stell vor, sie machen keine Babys. Das heißt, du wärst nicht da, ich wär nicht da, Masti ist nicht da und Sahar ist auch nicht da. Also, sei glücklich, dass du da bist. Sahar mag Babykatzen, Sano mag Hunde... Tiere... Tiere. Ich mag meine... Ich mag fette... Delfine. Was? Masti mag fette Delfine und ich mag... Ich liebe Tiere, aber ich liebe auch meine Freundin. Ich mag die... Esel. Heute beantworten wir die Frage, wir fragen die Katze, die nicht weiß, wer der Vater ihrer Kinder ist, wer der Vater ihrer Kinder ist. Wie sollen sie das sagen? Ja, miau miau miau. Sano, zeig dir den neuen Tanz von Dings. Eins, zwei, drei... Auf, 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 auf! Du bist leider zugänglich, dass es Mädchentage ist. Also, du musst leider weggehen. Alles klar. Eins, zwei, drei... Nein! So! Worauf freust du dich am meisten heute? Babykatzen. Bist du Sahat? Einerseits die Babykatzen, andererseits irgendwie, dass ich auch mal was mit Anna mache. Hey, pass wirklich auf, was du sagst über Anna. Sie gehört mir. Sie gehört mir. Okay. Es ist immer noch meine Freundin. Darf ich da mitsprechen? Nein. Ich habe auch nicht gesagt, dass es meine Freundin ist. Ui, also du willst sagen, Anna ist nicht deine Freundin? Nein. Wenn du jetzt denkst, hey, Sana mag doch Stranger Things oder warum hat sie was an und von wie war der? Nein, Leute, das hat mir sein Heil geschenkt. Ich sage nicht, dass es hässlich ist. Ich finde es einfach nur schön. Okay. Und wenn du jetzt denkst, ich feiere es. Nein, ich feiere es nicht. So kann man sich auch für Geschenke bedanken, die man von seiner Schwester bekommen hat. Ja. Was soll ich jetzt falsch gesagt? Ich zeig dir, dass es schön ist. Du musst sagen, du feierst es nicht. Das habe ich raus gehört. Ja, und du feierst auch nicht... Was feierst du eigentlich? Darf ich jetzt sagen? Sie feiert Ramadan und Eid. Sahar, übrigens, das ist ja deine erste Übernachtung bei meiner Freundin. Es gibt dort einige Regeln, die du beachten musst. Regel Nummer eins ist... Schlafen mit Timon. Äh, Timon ist der Hund. Nein, Sano, das ist keine Regel. Okay? Regel Nummer eins ist... Schlafen mit den Katzen. Äh... Ich schlafe nicht mit Timon. Was? Regel Nummer eins ist... Man muss dort österreichischen Akzent reden. Und nicht so... Hallo, wie geht's? Wie wir reden... Sag einmal, spinnst, wie geht's da? Ganz sicher. Wie gesagt, wir sind in Österreich und wir akzeptieren die Regeln. Es ist einfach... Sag einmal, spinnst, was machst, wie geht's da? Das bedeutet... Äh... Entschuldigung, ist alles okay bei dir? Was ist los mit dir? Grütti! Verbitt dich! Das ist die Schweiz. Halt die Goschen. Halt die Goschen ist gut. Halt die Goschen ist gut. Halt die Goschen ist gut. Man sagt nicht, halt die Fräse, sondern halt die Goschen. Masi, du kannst doch Dialekt, oder? Ja, sicher. Ja, wie geht's da? Was machst du? Ich geh zu meinem Freund, der hat ins Hirn schießt. Ich liebe diesen Geruch, ich verstehe nicht warum. Das ist ein Scheißgeruch, es riecht richtig nach alten Männer-Schweiß. Es riecht wie ein Püffel für mich. Alte Männer riechen wie ein Püffel. Oh ja, voll. Tschüss, lecker, was geht? Hallo! Hallo Inga! Noch mal, übermerkst du uns Party? So süß, wie du. Timon! Hallo! Okay, 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 okay. Hallo Timon! Geh dir wieder, haja? Ich steh auf Marokkaner, Babalocan, Seiten auf Null. So, das ist die Katze, die Baby-Katze. Ja, genau. Geh dir wieder, hallo! Hi! Hallo! Leute, wir müssen ins Haus einbrechen, weil sie den Schlüssel vergessen haben. Das heißt, unser erster Einbruch. Juhu! So können wir das Video nennen. Hi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! 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 Bitte nicht, Leute! Miu Miu, ihr Opfer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich liebe diese Kleine. Ich bin verdrückt mit mir. Das ist die Mutter. Alles gut, Baby. Oh! Okay, okay, okay. Da. Schau mal. Schau mal, sie kommt zu dir. Das sind zwei Stück, Digga. Okay, was ist. Schau mal. Schau. Und die Mama muss auch hin und wieder gestreichelt werden. Gute Arbeit. Wer ist der Vater? Willst du's mir sagen? Nein? Alles klar. Schau mal, ich glaube, Tiere lieben mich. Ja, Tiere lieben Tiere. Deswegen. Hahaha. Ich weiß nicht, wie du heißt. Schau mal, was sie macht, Sarah. Hahaha. Sie posiert fürs Foto. Oh mein Gott, wie süß kann man sein. Dankeschön. Darf sie auch halten, wenn es geht? Ich halte sie jetzt. Okay, dann halte ich die Babykarte. Ich will dir Liebe schenken. Und du schenkst mir Haas. Was? Und du schenkst mir Haas. Sana. Nina und Sano schlafen da. Du kannst entweder hier schlafen. Okay. Oder wir haben ein besonderes Zimmer in der Pension für sie. Da auch nicht, denn das ist der Schrank. Da ist das da hinten, gell? Ja. Okay, und jetzt bist du im richtigen Flüchtlingsheim, bitteschön. Juhu. Du kannst in der Nacht, wenn du Lust hast, trainieren da hinten. Und da kannst du schlafen. Wir sehen uns am Morgen. Tschüss, Sarah. Hey. Viel Spaß in der Pension, Dopfer. Ja, und da schminke ich mich immer. Das ist der Ort, an dem diese Wimpern zustande kommen. Mhm. Zeig mal dein Gesicht. Okay, es schaut alle gleich aus. Keine Ahnung, wer das ist. Sano, das ist rassistisch. Und jetzt geht's nochmal. Was? Was? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber in der Tierwelt und auch bei uns Menschen ist das so, dass wenn eine Mutter Kinder zur Welt bringt, dass sie dann Milch gibt für sie. Bitte halt die Gorsche. Moin. Thank you for the happy scene in my life. Schau. Das ist dein Willi. Okay, okay, okay. Sie mag das nicht. Lass sie unten. Welche war das nochmal? Ah, die ist. Sano, keine von denen mag die. Du brauchst ja nicht mal eine. Nein, eine mochte mich. Eine mochte mich. Wirklich. Kleiner Mann. Moin. Mit großem Schwanz. Das ist der Schwanz. Warum lachst du? Das war der Schwanz. Das da, schau. Es gibt noch andere Katzen. Der Fettsack ist da. Oh mein Gott, Digga, die sind fett. Ich sehe das. Ich habe gar nichts gemacht. Sano, das ist Bodyshaming. Leni nicht fett. Du bist nicht fett, doch ich bin selber schlank. Und das ist übrigens die Oma von den Katzen, die wir gerade gesehen haben, die Kleinen. Hallo. Ja. Schau, da sind die Hasen, genau. Heute sieht man sie. Oh, die mit Chicken Nuggets. Hallo, du kannst ein Huhn nicht nach Chicken Wings fragen. Sano, siehst du? Nicht die ganze Welt besteht aus Instagram. Es gibt auch Natur. Hahaha, du brauchst nicht reden. Wer läuft hier mit einer Kamera rum in der Natur? Wer läuft hier mit einem Handy rum in der Natur? Ich habe mein Handy nur in der Hand. Ich habe meine Kamera auch nur in der Hand. Ich filme nicht mal. Doch, du filmst gerade. Nein, ich filme nicht. Zeig mal die Eier. Zeig mal die Eier. Das sind Schweine-Eier, Leute. Sano, das ist so ehrenlos, dass du Chicken Wings singst vor ihnen. Habt ihr auch Schlangen, Anna? Ja. Ein Mädchen geht zu einem Hund und sagt, kriege ich Chicken Wings. So machen wir das. Hey, yo, ich gebe dir so ein bisschen Chicken Wings, ok? Äh, nein. Chicken Wings, Chicken Wings, Mallow in the Roman. Es ist schon Abend geworden. Ja, der mag mich. Das sagt ihr den ganzen Tag. Nein, das ist wirklich der, der. Das ist der, der mich mag ein bisschen. Also, wir verstehen uns ein bisschen. Das ist Sahars Bett. Ich habe dich zu oben. Sahar, wie gefällt dir die Pension bisher? Sehr gut. Sahar wird hier schlafen. Wir haben sie einfach in eine Ecke gedrängt. Ich mag diese Ecke. Vielleicht kann da hinten Workout machen in der Nacht. Ja, sehr perfekt. Es ist halt ein typischer, typischer Mädelsabend. Man kennt's. Wir schauen jetzt einen Film. Wir sehen uns morgen. Der nächste Tag ist am Start. Sahar, wie war der Abend für dich oder die Nacht? Mhm. Gut. Sahar, wie war die Nacht für dich erstmal woanders schlafen? Hast du im Leben schon mal woanders übernachtet? Ja. Oh, dann wie war es für dich das erste Mal? Bei Anna schlafen? Ja. Entschuldigung. Haben dir die Babykatzen mehr gefallen oder Anna? Anna. Eine Katzenmutter hat mehrere Nippeln. Biologie mit Alibaba. Katzen haben mehrere Nippel. Ich zeig dir die Aussicht von Annas Zimmer. Komm mal. Das ist so wie ein Schulausflug mit der Klasse. Oder mit der Lehrerin alleine. Das habe ich mal gemacht. Komm mal. Damit kann man jeden Abend oder jeden Morgen aufwachen. Spaß. Nein mach nichts. Sag mir ähnlich bevor ich wegfahre, wer der Vater ist. Wer ist der Vater? Okay. Au. Wir sind voll in die Nucke. Wer ist der Vater? Miau. Miau. Sag mir, wer ist der Vater? Wer ist der Vater? Wer ist der Vater? Wer ist der Vater? Das war's mit dem Video Leute, danke fürs zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen, lasst einen Daumen nach, falls es so ist, lasst uns ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt, wir sind jetzt aktuell aktiv, es kommt in den nächsten 2-3 Tagen ein neues Video, folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um in Zukunft coole Streams zu sehen oder schöne Bilder von mir auf Instagram, oder schöne Folgenlein im Twitch Live. Dann würde ich nur noch sagen, das war's, auf Wiedersehen und hasta la vista, tschüss Leute, wir sehen uns, ciao.